Edeka Embach, Eichendorffstraße 44 in Oftersheim. Und ich begrüße Sie alle recht herzlich hier zur ersten Veranstaltung Musik im Park in 2014. Wir haben heute zur musikalischen Unterhaltung das Duo Tête à Tête in Person von Uli Rollshausen und von Christian Maurer. Steh und hören Sie die Geschichte, die Geschichte des armen Jean und merken Sie sie sich gut. Steh und hören Sie sich gut. Steh und hören Sie sich gut. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen. Aber seine Küsse, meine Lieblings. Ne voile, pourquoi? So sorry, il y a Baldo-Marie. Jamais encore on n'a bevue. Un tel gete, un tel goi. Il y a Baldo-Marie. Un tel ironic. Un tel ! Un tel ... Un tel ... C'est ce à 3 seasoning, C'est ce à 3 sol ou aura, Cel podcast ! Leid du Humond, das würde mir nicht mehr sein. Die Erde ist nicht in dieser Runde, ich bin ein Schammer, das ist ein Trois. Willkommen bei Sanitätshaus und Orthopädie-Technik-Rama in Brühl. Auf über 1000 Quadratmetern bieten wir Ihnen eine persönliche und individuelle Beratung rund um das Thema Gesundheit. Wir sind hier in unserer Bademoden- und Miederwarenabteilung in separater, abgeschlossener Atmosphäre, damit man sich in Ruhe informieren kann, da wir auch Spezialbademoden und Miederwaren führen für brustoperierte Frauen. Rechtzeitig zur Badesaison ist auch bei uns die aktuelle Bademode eingetroffen mit den neuen Trendfarben, was ganz aktuell auch in diesem Jahr der Tankini mit Bikini-Höschen und langem Oberteil. Auch da haben wir eine größere Auswahl zur Verfügung. Der Unterschied von Standard-Badeanzügen oder ganz normalen BHs zum Spezial-BH- oder Badeanzug besteht darin, dass im Körbschenteil eine zusätzliche Tasche eingearbeitet ist, wo dann die Einlage reinkommt, damit die fest im BH- oder im Badeanzug sitzt. Durch die Einlage im BH- oder im Badeanzug wird gewährleistet, dass kein Unterschied zur gesunden Brust zu sehen ist. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben am Stöbern in unseren Bademoden, kommen Sie doch einfach vorbei. Wir beraten Sie gerne. Ihr Sanitätshaus Rama in Brühl.